So, ähm... Mann! Das ist doch nicht dein Ernst! Du dreckst teil! Hallo! Wer da, wer ist das? Wo kommt das her? Vielleicht aus dem Aufzug? Wir sollten nachsehen. Die Stimme kommt von hier. Hallo? Ist da jemand drin? Nein! Das Krankenhaus hat seit heute einen sprechenden Aufzug! Aaaaaah! Die verdammte Tür klemmt! Wieso passiert mir immer das wieder? Wir müssen ihm helfen. Ja, was können wir tun? Wir sollten den Hausmeister holen. Der kann bestimmt die Tür öffnen. Gregor! Der alte Sack! Wegen dem hänge ich hier noch durch! Wenn er... Wenn er den Aufzug berührt, fliegt er sicher in die Luft! Ich drehe ihm den Hals um! Willst du jetzt ihn wieder raus, oder nicht? Ja, ja! Ich komme gerade aus der Chirurgie! Im zweiten Stock! Da habe ich den Fuscher rumlungern gesehen! Alles klar! Finley, ich gehe zur Chirurgie und suche Gregor. Ich gehe wieder auf unsere Station und bleibe auf Abruf, wenn jemand etwas braucht. Guter Plan, danke! Okay, ich sehe es ein. Wir kommen nicht um Gregor herum. Auch wenn es mir nicht gefällt. Aber mit Mullbinden und Infusionen werde ich die Tür nicht aufschrauben können. Und ich bin am Verhungern. Bitte, ist keine medizinischen Materialien. Wo denkst du hin? Das Zeug schmeckt grässlich. Hast du es etwa schon mal probiert? Die Nachtschichten können ganz schön lang sein, okay? Halt einfach durch. Ich gehe Gregor suchen. Wie gesagt, ich habe ihn noch in der Chirurgie gesehen. Alles klar. Ich bin gleich wieder mit ihm zurück, okay? Beeil dich. Die Wände bewegen sich auf mich zu. Okay, dann wollen wir mal vor Zweiten gehen. Gucken wir mal. Den Hausmeister. Haben wir den schon kennengelernt? Ich wollte mal eben auf Info. Wir haben nämlich noch eine Info bekommen vorhin. Genau. Sergej. Sergej ist der Chefkoch der Cafeteria. Seine Art und sein Auftreten passen irgendwie gar nicht zu seinem Job. Wie er wohl hier gelandet ist. Und Lisa hat mir kennengelernt. Dr. Äh. Portobello. Ich meine, Lisa scheint sehr nett zu sein. Sie tut mir ein bisschen leid, dass sie so eng mit Dr. Linwood arbeitet. Das muss hart sein. Sie kommt aber wohl gut damit klar. Mia und Lisa scheinen sich gut zu verstehen. Vielleicht freuen sie sich ja noch an. Das würde mich freuen. So. Dann gucken wir mal. Den Hausmeister. Haben wir den kennengelernt? Ich bin gar nicht sicher. Heute ist ein langer Tag im Krankenhaus. So. Gehen wir mal gucken. Hier waren wir noch gar nicht, ne? Ah. Da ist er ja. Äh. Gregor? Da sind sie. Was? Ist immer dieser ver-ver-ver-ver-ver-ver-ver-ver-ver-ver-ver-leichtung los? Ich brauche Ihre Hilfe. Ja, ja. Jeder braucht die Hilfe vom alten Gregor. Wenn alles läuft, schauen Sie mich nicht mal mit dem Hintern an. Aber sobald man eine Glühbirne flackert oder ein Türscharnier quietscht, kommen Sie angekrochen. Herr Glenor, der Aufzug klemmt. Immer mit der Ruhe, Kleiner. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? aber jemand steckt im Aufzug fest. Hilfe mal dir, Kleiner. Am Ende des Ganges ist ein Sicherungskasten. Geh doch mal hin und schalt die Sicherung ein, wenn ich dir das Zeichen gebe. Verstanden? Aber eins nach dem anderen. Dann helfen sie mir mit dem Aufzug. Was denkst du denn, mit wem du redest? Okay. Ich weiß gar nicht, warum er sich beschwert. Es ist sein Job als Hausmeister. Aber das natürlich ignorieren alle, wenn alles läuft. Dann ist doch alles gut. So. Da gucken wir mal. Hier muss ein Sicherungskasten sein. Da. Okay. Das ist wohl der Sicherungskasten hier. Dann wollen wir mal. Okay, fertig. Ja. Alles klar. Moment noch. Hier, noch das eine. Hier, noch abfummeln. So. Okay, jetzt. Ah. Oh nein. Alles in Ordnung? Ich sollte schnell nachsehen. Oh nein. Oh nein. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Ähm. Herr Kleinmoder, geht's Ihnen gut? Äh, öh, 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 öh. Ja, geht schon. Alles, als wenn mir so ein kleiner Stromschlag den Schock aus den Socken haut. Uff, da bin ich erleichtert. Vielleicht sollten Sie sich kurz mal hinlegen. Vier Elefant. Von nix kommt nix. Und guck, die Beleuchtung geht wieder. Ich hab's halt immer noch drauf. Helfen Sie mir jetzt? Helfen? Ach so, deine Aufzugssache. Ja, ja. Gib mir einen Moment. Ich, äh, schauf, äh, ich schnaufe mal kurz durch. Und dann schauen wir uns das mal an. Na, endlich. Ich war kurz davor, einen Mietvertrag für den Kasten zu unterschreiben. Ach, du schon wieder. Hätte ich mir ja denken können. Karl? Bist du es? Ich hab mich schon gefragt, wo du den ganzen Tag steckst. Die Stimme hätte mir eigentlich bekannt vorkommen sollen. Hä, was? Ich dachte, das, äh, das war die ganze Zeit. Klar. Wieso erkennst du die Engelstimme deines Lieblingskollegen nicht? Ich versuch sie mir in Zukunft einzuprägen. Aber ich freu mich, dass du jetzt noch auf den Auszug raus bist. Oh ja, stimmt. Freiheit! Yeah, yeah, ah, ah, ah. Dieser süße Duft. Süße, süße Duft. Ich dachte schon, ich muss drinnen verenden. Danke dir, Finley. Du bist ein echter guter Kumpel. Du hast was gut bei mir. Rico, du alter Futschberger. Nur wegen dir hab ich hier festgesteckt. Ähm, und wegen mir bist du jetzt wieder draußen? Gern geschehen. Ich geh jetzt. Ja, ja, irgendwann knüpfe ich mir den alten Sack noch vor. Geht's dir gut? Was? Ach so, ja, alles okay. Nur die Zeit rennt mir weg. Ich habe eh schon Stress. Da hat mir eine unfreiwillige Mittagspause gerade noch gefehlt. Ich nehme jetzt nur noch die Treppe. Nee, ist eh besser für die Ausdauer. Was musst du denn heute noch erledigen? Ähm, hör mir auf, ey. Ich renn schon die ganze Zeit von Station zu Station. Und er schnorr mir das Zeug, was auf anderen Stationen fehlt. Mullbinden, Katheter, Infusionen. Noch nicht einmal Kochsalzlösung ist hier irgendwo vorgerätig. Und wenn ich den Kram zusammen habe, hat mein Job ja noch nicht mal richtig angefangen. So genau getratscht. Ich muss jetzt mal wieder. Ich muss noch irgendwo einen Sack besorgen, Snack besorgen, bevor ich weitergehe. Du sollst auch mal wieder hoch zur Station. Du kennst doch die Krokowski. Äh, doch inzwischen. Ich wette, die dampft schon. Und danke nochmal für deinen Hilfekumpel. Wenn du Bock und Zeit hast, revanchiere ich mich heute Abend mit einem Bierchen im Gilberts. Denk mal drüber nach. Tüdelüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü aneinander geraten war. Er ist schon seit langer Zeit im St. Ursula und kennt sich super aus. Ich bin sehr froh, dass ich mit ihm arbeiten darf. Auch Porcupine ist er, in Porcupine ist er sehr bekannt und bei den meisten beliebt. Er hatte mich schon einmal mit ins Gilberts genommen. Dort konnte ich ein paar neue Leute aus Porcupine kennenlernen. Mia und ich haben heute nach der Mittagspause eine Stimme im Aufzug gehört. Das war Karl. Ich habe mich schon gewundert, wo der steckt. Er hat mich zum Dank heute Abend auf ein Bier im Gilberts eingeladen. Vielleicht gehe ich nach der Arbeit nach vorbei. Das sollten wir auf jeden Fall tun. So viel steht schon mal fest. Aber erstmal sollten wir zurück zu unserer Station. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Na? So blöd das auch klingt, aber leider ist es so. Von nichts kommt nichts. So. Upa. Upa. So. Da bin ich wieder. Alles gut gelaufen? Ja. Bei dir auch? Das hat ganz schön lange gedauert. Wer war im Aufzug? Es war Karl. Ha. Typisch. Hast du Dr. Korkowski gesehen? Ja, die ist im Pausenraum. Wenn es auf den Abend zugeht, ziehen sie sich gerne dahin zurück. Ich glaube nicht, dass sie wirklich Pause macht, was dem Zweck des Raumes irgendwie widerspricht. Ich melde mich nochmal bei ihr ab. Und dann freue ich mich auf den Feierabend. Ähm, mach das mal. Ich gehe jetzt noch ein bisschen Sport machen. Wenn du Lust hast, komm doch mit. Das wird witzig. Klingt gar nicht schlecht. Äh, klingt gar nicht schlecht. Ich denke mal drüber nach. Okay, hoch. Äh. Ähm. Ah. Mia hat mich eingeladen, heute nach der Arbeit etwas Sport zu treiben. Ganz gute Idee eigentlich. Ich könnte einen Ausgleich gebrauchen. Sie ist auf dem Sportplatz in der Schule. Oh, an der Schule. Bierchen oder Sport ist jetzt so die Frage. So, Pausenraum. Wo ist denn der Pausenraum? Haben wir den schon gesehen? Das ist Toilette. Wo ist denn der Pausenraum? Na, 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 na. Na, 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 na. Der Pausenraum, der Pausenraum. Pausen, Pausen. Huch. Das geht auch. Wusste ich gar nicht. Ja. So, wo ist denn der Pausenraum? Wir sollten vielleicht nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Habe ich jetzt mal beschlossen. Müssen ja, ah, hier. Das ist ja ein toller Pausenraum, wie der aussieht. Uff. Hm. Finde. Ich habe eine Frage. Haben Sie noch einen Nebenjob hier? Oder sogar zwei? Wie meinen Sie das? Na, es scheint Sie, Sie ja hier so einiges zu beschäftigen. Andernfalls würden Sie vielleicht Ihrer Arbeit nachkommen. So wie den Rest der Belegschaft auch tun. Ihr durchschnittliche Arbeit gleicht Ihre ständigen Fehlen sicher auch nicht. Verstehen Sie nicht, äh, verstehen Sie das nicht persönlich? Ich spreche auch nicht, ich spreche das auch nicht an, weil es mir Spaß macht, sondern weil es mein Job ist. Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass die Belegschaft alles ausgleichen kann. So, wie Sie sich auf den anderen verlassen, so müssen Sie sich auf die anderen auch auf Sie verlassen können. Bitte nehmen Sie sich das zu Herzen. Aber Karl war... Ich weiß. Und auch, dass Sie ihm geholfen haben. Trotzdem muss ich Sie einmal mit aller Klarheit darauf hinweisen. Danke für Ihre Arbeit heute. Morgen haben Sie Ihre erste Nachtschicht, wie Sie sicher wissen. Dann haben Sie einen erneuten Versuch, sich zu beweisen. Unsere erste Nachtschicht. Auf Wiedersehen. Damit haben wir es. Ich glaube, die Schicht ist um. Aber was sollen wir denn machen, Mann? Okay, Fahrstuhl fahren geht Ihnen nicht mehr. Das heißt, wir haben Feierabend. Und es ist wahrscheinlich schon sehr spät. So. Du, 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 du. Ja, dann. Achso. Müssen wir hier raus. Auf Wiedersehen, Ursula. Mach's gut, Kleiner. Ah, Feierabend. Yay. Ein Feierabendbierchen. Oder lieber mit Lisa. Ich will wissen, was mit Lisa ist. Oder nee, Mia, ne? Da bist du ja. Wie sieht's aus? Kommst du mit zum Sportplatz? Ich will heute Abend noch ein bisschen bewegen. Klar kommen wir mit. Natürlich. Klar komme ich mit. Na dann los. Bitte renn zum Sportplatz. An der Schule. Na, wenn du drauf bestehst. Sehr gut. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh Mist. Dr. Kokowski kommt wütend auf dich zu. Was? Los. Oh, das war gemein. Oh Mann. Oh, das war gemein. Das war ja gemein. Ich bin gespannt, ob sie uns irgendwas erzählt. Weil vorhin sah es echt so aus, als würde sie uns irgendwas erzählen wollen. Oder mag sie uns? Mag sie uns gern? So ein schönes Spiel. Man darf die kleinen Spiele nicht unterschätzen. Ist einfach so. Es muss nicht immer tolle Grafik sein oder so. Ne? So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ist das hier? Glauben wir richtig? Glauben wir nicht richtig? Äh. Oh, okay. Das war, glaube ich, nicht richtig. Wo müssen wir denn hin? Ah, hier. Okay. Seht nicht irgendwas gesagt von Schule? Ah, hier. Wow. Was passiert hier? Na, nach was sieht es denn aus? Nach einem langen Tag muss ich ein bisschen mich auspowern. Meine Uniklinik, auf der ich vorher war, hatte einen eigenen Sportplatz. Dieses Schmuckstück habe ich letzte Woche entdeckt. Ich präsentiert. Ich präsentiere dir mal mein neues Sportcenter. Nett. Und ich soll mitmachen? Absolut. Heute steht Basketball auf dem Plan. Ich hoffe, du weißt, wie man Körbe wirft. In der Schule war ich immer ganz gut. Ich wurde öfters mal gehänselt, weil ich immer einer der Kleinsten war. Aber die Körbe habe ich trotzdem immer getroffen. Na also. Dann habe ich mir ja den richtigen Konkurrenten ausgesucht. Wir werfen um die Wette. Bist du bereit? Soll ich mir nur umschauen? Ach komm. Her mit dem Ball. Das wollte ich hören. Anpfiff! Bestimmt, Minigame. Ja, Minigame. Zieh dich warm an. Ein bisschen Sport tut jedem gut. Drücke und halte E, um deine Wurfstärke zu bestimmen. Lasse E los, um zu werfen. Für einen Korb mit einem Spezialball erhältst du drei Punkte. Wer nach Ablauf der Zeit die meisten Punkte hat, gewinnt. Anpfiff! Okay. Was? Ach so. Oh Gott. Oha. Super. Super. Oha. Das war nicht so gut. Yeah. Juhu. Ja, Mann. Oha, Mann. Die, 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 die. Oh, Mann. Ja, Mann. Ey, das macht voll Laune. Juhu. Und die Zeit läuft ab. Oh, der war zu weit, glaube ich, oder? Ah, ne, glaube ich. Ah. Ah, abgelaufen. 23,8. Was? Alter Schwede. Alter Schwede. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Das fühlte sich gut an. Uff. Hm. Du hast es mir ganz schön gezeigt. Ich wusste nicht, dass du so gut bist. Ach. Ich glaube, ich hatte heute nur einen guten Tag. Ich habe das letzte Mal in der Schule Basketball gespielt. Wenn ich Porcupine ein Team gründe, musst du mitmachen. Haha. Okay. Sag, wie gefällt es dir hier so? Ich meine nicht nur bei der Arbeit, eher so generell. In Porcupine. Ich finde es nett hier. Ich meine, ich hatte irgendwie nicht viel Zeit, hier anzukommen. Ich habe auch noch ein paar volle Kartons bei mir stehen. Und dann lag ich erst mal flach. Es fühlt sich ein bisschen an wie am Anfang meines Studiums. Ein bisschen einsam. Echt? Aber du bist doch voll intrigiert hier. Wie meinst du? Na, irgendwie kommst du mit allen Leuten hier gut klar. Und ich kenne irgendwie noch niemanden hier. Ich fühle mich etwas einsam. Irgendwie ist das mit jedem Umzug schwieriger für mich geworden. In der Schule hatte ich ein paar Freunde. In der Uni wurden es schon schwieriger. Und in Porcupine kenne ich eigentlich nur die Leute aus dem Krankenhaus. Du findest, du findest echt, dass ich hier gut integriert bin? Voll. Witzig. Ich habe nämlich denselben Gedanken wie du. Wirklich? Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe irgendwie bisher kaum Freizeit. Und wenn, dann bin ich so erschöpft, dass ich gar nichts mehr tun möchte. Da fällt das Leuten, Leute kennenlernen schwer. Aber ich habe mir fest vorgenommen, nicht in der Arbeit zu versinken. Ich will mir immer ein bisschen Energie aufsparen, um neue Diagnosen auszuprobieren. Um hier neue Leute kennenzulernen und vielleicht ein paar Freunde zu finden. Wir finden bestimmt beide noch Freunde hier. Und wenn du wieder mal was Tolles Neues ausprobierst, gib mir Bescheid. Das mache ich. Heute soll es das aber gewesen sein. Ich habe auch einen Riesenhunger bekommen und will mir noch was kochen. Außerdem habe ich morgen Frühschicht im Gegensatz zu dir. Deine erste Nachtschicht? Ja, oh, ich hoffe, das wird alles gut gehen. Klar, ich vertraue dir da. Aber jetzt jogge ich nach Hause. Wir sehen uns morgen Abend. Tschüss. Dann gehen wir mal nach Hause. Ich kann es kaum erwarten, mal auszuschlafen. Gute Nacht, Welt. Meine Wohnung sieht echt schlimm aus. Eigentlich geht es doch noch, oder? Ich meine, es wird eh wieder unordentlich. Und dann muss ich ja wieder aufräumen. Ich sollte vielleicht einfach immer auf einem gewissen Chaoslevel bleiben. Zumindest meine Wäsche sollte ich mal wegräumen. Sie wird sonst die ganze Woche hier herumliegen. Ich will stark hoffen, dass sich mein faules Zukunfts-Ich dafür bedankt. Haben wir noch immer Wäsche liegen? Okay. Du kannst mir ruhig ein bisschen helfen. Schließlich wohnst du auch hier. Miete habe ich von dir übrigens bisher auch noch nicht gesehen. Noch Wäsche? Da ist noch Wäsche. Oh, Telefon. Finlau! Na? Pina? Bist du das? Bingo! Wie geht's? Wie steht's? Alles tibi-tobi? Liegst du noch flach von dem Unfall? Äh, ja, nein. Ich bin wieder auf den Beinen. Ich war sogar gestern mit einer Kollegin Basketball spielen. Basketball? Sowas kannst du. Das hätte ich gern gesehen. Wie dem auch sei. Hast du zufällig gerade Zeit? Ja, ich bin noch zu Hause. Ich habe heute meine erste Nachtschicht. Oh, spannend. Bist du schon nervös? Nee, geht bisher. Das kommt bestimmt noch hin. Da kommt noch ein bisschen Ablenkung. Bestimmt gerade recht. Kannst du bei meinem Laden vorbeikommen? Ich kann deine Hilfe gebrauchen. Hm, ich wollte eh mal die Einkaufsstraße anschauen. Klar, ich komme vorbei. Perfekto. Dann passt das. Dann bis gleich. So. Pina. Genau. Pina hat mich heute vor der Arbeit in ihr Blumengeschäft eingeladen. Sehr schön. So. Aber ich würde sagen, das sehen wir in einer weiteren Folge. Fall of Porcupine. Und dann schaltet ihr wieder ein. Dann geht es weiter mit unserem kleinen Freund Finley. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also, macht's gut. Tschüss.